Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 8. April mit Madeleine Gerig. Guten Abend. Wieder gibt es traurige Nachrichten aus der Ukraine. Im Osten des Landes gab es einen Raketenangriff auf einen Bahnhof mit mindestens 39 Toten und vielen Verletzten. Darunter sind auch Kinder. Von dem Bahnhof aus versuchten seit Tagen etliche Menschen aus der Ostukraine zu fliehen. Kurz nach dem Angriff ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Sie ist dort auf einem Solidaritätsbesuch und will unter anderem den ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Und sie hat da auch schon die russische Armee für die Kriegsgräuel in der ukrainischen Stadt Butscher verantwortlich gemacht. In den Supermärkten bei uns in Essen sind viele Lebensmittel gerade besonders teuer. Wegen des Kriegs in der Ukraine sind die Energiepreise und damit die Preise bei uns im Supermarkt in die Höhe geschossen. Das trifft vor allem Grundnahrungsmittel wie Mehl oder Butter. Besonders hoch sind die Preise aber gerade beim Sonnenblumenöl, sagt der Filialleiter vom Globusmarkt in Altendorf, Tarek Danatschi. Sonnenblumenöl, was wir vorher für 1,19 Euro verkauft haben, haben wir jetzt gerade für 3,99 Euro selber gekauft. Und wir verkaufen für 4,99. Da ist wirklich extrem die Preiserhöhung. Bei Edeka Pflanz in Überruhe ist die Nachfrage nach Öl trotz der hohen Preise riesig. Normalerweise bestellt der Chef des Edekas 100 Liter Öl für die ganze Woche. Die sind jetzt aber immer schon nach drei Stunden ausverkauft. Außerdem verkauft der Laden wohl gerade so viele Nudeln wie noch nie. Beim Rewe in Borbeck wird vor allem das Mehl knapp. Deswegen will der Chef jetzt andere Sorten aus Italien und Polen besorgen. Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Mann, der bei einer Antirassismus-Demo Polizisten angegriffen haben soll. Der Mann war letzten Sommer auf einer Demo in Altendorf, bei der es um den Tod von Adel B. ging. Der war 2019 bei einem Einsatz von Polizisten erschossen worden. Das hatte damals große Diskussionen über Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst und auch Demonstrationen. Bei der im letzten Sommer soll der jetzt gesuchte Mann Polizisten beleidigt und versucht haben, eine Polizeikette zu durchdringen. Dabei soll er die Polizisten auch angegriffen haben. Ein Foto des Mannes und mehr Hintergründe zum Fall Adel B. findet ihr auf radioessen.de. Für Bahnpendler wird es in den Osterferien bei uns in Essen schwierig. Ab heute Abend sind zwei von vier Gleisen zwischen Essen und Duisburg gesperrt. Da werden rund zehn Kilometer neue Gleise verlegt, unter anderem rund um den Bahnhof Essen-West. Außerdem tauscht die Bahn mehr als 8000 Tonnen Schotter aus. Wegen der Sperrung fallen viele Züge bei uns in Essen aus, zum Beispiel der ERE 2 zwischen Essen und Düsseldorf und die S3 zwischen Essen und Oberhausen. Die Gleichsperrung dauert zwei Wochen. Welche Züge genau betroffen sind, steht auf radioessen.de. Die Nachfrage nach einem Stück Feld für den eigenen Gemüseanbau ist weiter groß. Bei den meisten Bauern in Krei, Heidhausen oder im Winkhauser Tal sind nur noch wenige Parzellen frei. Ob das Gemüse vom eigenen Feld günstiger ist als aus dem Supermarkt, lässt sich nur schwer sagen, sagt Bauer Nico Weber von den Feldfreunden in Schür. Für die meisten sei das aber auch nicht der Hauptgrund für ein eigenes Stück Feld. Sie wollen vor allem wissen, wo ihr Gemüse herkommt und haben Spaß am eigenen Anbau, sagen die Anbieter. Die Bauern freuen sich über das große Interesse. Für sie ist das ein Zeichen von Wertschätzung für ihre Arbeit. In der Innenstadt läuft der Aufbau für die große Musik-Liveshow Die Passion. Auf dem Burgplatz wird eine große Bühne aufgebaut und es werden fast 900 Scheinwerfer aufgestellt. Bei der Show wird die Ostergeschichte in modern erzählt. Mit dabei sind viele Promis. Thomas Gottschalk ist der Erzähler, Alexander Klafs spielt Jesus und auch der Essener Schauspieler Henning Baum und der Essener Koch Nelson Müller sind dabei. Am Montag starten die Proben, dann wird der Burgplatz komplett abgesperrt. Die Passion ist dann am Mittwochabend und die Show wird live bei RTL übertragen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht kühlt es sich ab, auf drei Grad zwischendurch regnet es. Morgen gibt es viele Wolken, Regen und Graupelschauer zwischendurch. Höchstens neun Grad sind da drin. Der Sonntag wird etwas trockener, es kommt auch mal die Sonne raus. Es bleibt aber recht kühl mit zehn Grad und erst am Montag wird es dann mit 15 Grad langsam wieder wärmer. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es dann morgen früh wieder ab halb acht hier bei Radio Essen. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und ein tolles Wochenende. Macht's gut. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.